Einmal im Jahr, ungefähr einmal im halben Jahr schaue ich unsere POV-Videos an und das Highlight ist immer, wir müssen noch ein Outro machen. Wir machen kein Outro, das ist ein POV. Kein Outro. Kennst du die nicht? Nein, noch nie gesehen. Schau mal, Erik, unsere POV-Videos an, die sind so unglaublich lustig. Bavarian Sports Guy auf YouTube. Die sind so unglaublich lustig. Mit Jo, mir und Schorsch. Ja, Erik, dann sollten wir jetzt. Okay, Flo, jetzt go. Willst du links oder rechts? Dann geh rechts. Erik, du hast deine Rülle vergessen. Ich weiß nicht, wo ich die GoPro hier starte. Wo starte ich die Aufnahme hier? Schau mal, ob es blinkt. Wo soll es blinken? Weiß ich nicht. Da oben über dem Bildschirm, ja, es blinkt. Okay, perfekt. Jetzt hat man so drei Sekunden deine Fresse, wie du so ahnungslos diese GoPro anschaust. Das ist strong. Das wird das Sunnail. Flo's Gesicht, wo ihr sucht, was hier blinken soll. Mach du erste Angabe. Ich würde blocken, ist das okay? Ja, einstellen. Ja, das macht Erik beruflich. Stark, das war um die. Jetzt mal ernst machen. Würde ich tatsächlich begrüßen. Deine Mitte. Ich versuch's aber. Okay, sehr gut. Alles gut. Da muss man sich auch dran gewöhnen. Magst du den ersten Blocken? 1-1. Fuck, der ist so im Aus. Sorry, Miner. Ah, der war auf Schulterhöhe. Meine Mitte. Ja, das ist dann auch meine Mitte an der Stelle. Und der ist tatsächlich gewohnt. Oh, der ist drauf. Stark. Danke, der war gut gestellt. Nach meiner Abfallabnahme. Nein. Nee. Schade. Damit ist das Thema auch beendet. Geht, geht, geht. Gott, bin ich schlecht. übertreibt direkt danke voll offen man ja stark da bin ich einfach zu niedrig noch da fehlt mir sprungkraft einer jahre eines jahres sorry nein nein wo blockst du denn hin an die line ich ne eric getugt letzten sekunde den schritt noch rüber gemacht und wollte meine finger anspielen ich weiß hey ganz ruhig ich bin nur links geüpft oh damn it dass du die gopro erwischt bei mir sei es klar ich bin auch selber schuld hier geht ja bei so nem ball nicht zum blocken nicht damit kränkt dass lenny die noch so nah ans netz kriegt war geil oder ist nicht außen und nicht vorne der ist einfach gar nichts der ball sorry der ist einfach schlecht der ist einfach im void verloren gegangen mann ich bin so scheiße 8 4 sorry doch relativ niedrig oh nein als ob der da hinkommt komm 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 mann hä wieso bist du so hoch hast du denn achse von ihm rübergebrütscht ich hab ja gemerkt dass er rübergebrütscht hat aber wenn es aus versehen war wird es wahrscheinlich nicht in achse gewesen sein machen wiederholung auch wenn ich schon wieder viel zu wenig diagonal stehe komm 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 der ist aus der ist aus auch wenn ich schon wieder viel zu wenig diagonal stehe auch zu viel guter call danke scheiße man geht ich hätte ihn auch besser haben können aber ich habe mir nicht getraut mich so auf die schulter zu schmeißen goddamit warte kurz daddy he got no chill also 9 7 jetzt sorry ich weiß nicht was da gerade passiert ist ich bin zu kurz ich habe ihn sogar luftzug gespürt goddamit komm komm habe ich habe ich habe ich schlag halt leihen und nicht so halb dir halb leihen kenne ich war der zu nah oder so ok dann lag es an dir es ist aber auch immer schwierig von beach auf halle auf halle zu wechseln das ist also dann kann ich dir auch nicht helfen jetzt hättest du die chance gehabt den die rechtfertigung anzunehmen ich bin halt einfach noch schlechter oh ja der ist nach der ist in timbuktu 8 14 jetzt comeback mit hirn nichts mit kraft gesehen davon dass ich keine kraft habe das ist wieder meine alte volleyball verletzung ich habe am knöchel reiße ich mich immer mit dem einen fuß mit dem zehennagel am anderen knechel auf das ist so komisch das ist so komisch ja du movst halt sehr spät ja alles gut ja ja alles gut alles gut Untertitelung des ZDF, 2020